Hallo und herzlich willkommen wieder bei Kastellator mit Prey. Nach meinem erfolgreichen Speichern, damit hier auch nichts verloren geht, gucken wir mal. Ok. Ok. Interessant. Natürlich gucken wir uns auch hier die Dinger mal an. Hau ab! Hau ab! Wir mögen keine Hunde. Doch wir mögen noch Hunde, aber nicht so widerlich wie ihr. Das sieht komisch aus. Ich guck lieber erstmal. Achja. Du bist ein Geist. Warum sollte eine Tür auf dich reagieren? Oh ja, hauch mich an Baby. Ok. Ok. Ok, und die ist aus. Echt mal ein weicheres Mauspad. Oh Moment, wartet, wartet, wartet mal. Das ist, wenn wir es ohne machen, ne? Ohne Mauspad. Einfach mal. Uh, smoothiger. Oh. Oh. Oh, fehlt Latter, ja. Fehlt Latter. Jetzt bleibt ja auch meine schwitzige Hand am Tisch kleben. Jetzt kriegen wir mal das Mauspad weg. Komplett weg. Ja. Fühlt sich schon weicher an. Ja, jetzt fühlt sich weicher an. Oh. Wir haben uns entschieden ohne Mauspad weiter zu machen. Weil Mauspads scheiße sind. Wir haben hier wieder irgendwelche komischen Dinge. Was ist denn da unten? Nichts? Eine verschlossene Tür und hier geht es nach... Ich wusste, ich hab was gehört. Musste ich hier lang? Bin mir nicht sicher. Ah, nein! Ist das die Waffenkammer? Muni-Kammer? Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Okay, ich vermute mal, ich weiss, wo mich das führt. Und du? Du bist immer Arsch. Was ist das? Sind das Kisten aus Fleisch? Wirklich? Okay, Kisten aus Fleisch. Interessante Idee. Kisten aus Fleisch. Alarmknopf, okay. Ja, wirklich, interessante Idee. Kisten aus Fleisch. Ah, jetzt sind wir wieder hier, okay. Sollen wir mal ein kurzer Abstecher? Ich wusste doch, ich hör hier was. Jetzt fängt diese epische Musik wieder an. Ich weiß nicht, ist da durchfliegen ratsam? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Nein, war es nicht. Wow. Boah. Alter Schwede, wo sind wir denn hier? Heilige Scheiße. Ist das geil. Asteridentrainera Vacke? Okay. Asteridentrainera Vacke? Ah k. Hey. Ich will ihn in den Arsch treten? Geld als das Antwort? Wow, 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 Raketen. Das war's. Tschüss. What? Huh? Wie das Schiff so ganz langsam nach hinten gesteuert wird, deswegen... Kann ich hier landen? Nein? Warum kann ich hier nicht... Ah, das ist ein Portal, okay. Muss ich also ganz runden? Äh, ich pass hier nicht durch. Das ist das Schiff. Als sie dann eingreifen müssen, ist es ein Wege. Für mich ist ein Wege. Man muss doch also ein Wege. Ich bin gleich mit dem Wege. Ich bin mir gesch seitdem, bis jetzt noch ein Problem. Ich bin gleich mit. Ich bin gleich, ich bin wiedergelekt worden. Um das mal zu machen. Da. Ich bin richtig. Ich bin sehr gut. Ich bin gleich. Wo? Ernsthaft? Darf ich mal kurz reparieren? Sooo, haben wir das auch mal geklärt. Ah, irgendwie ist das ohne Mauspad komisch. Okay. Gucken wir uns mal an, was hinter Tür Nummer 2 ist. Okay. Hä? Gucken wir mal Tür Nummer 2 an. Laufen wir mal für nichts. Dann, Tür Nummer 1, die Waffe ist fast leer. Haben wir auch schon lange nicht mehr benutzt. Okay. Okay. Ich kann verstehen. Ich kann verstehen. Ich werde mich nicht gerade sehr leiden. Aber, okay. Ich müsste mich nicht halb umbringen. Noch einer. Ist halt nicht schlecht. und sich zugeben passt tot ok Wir sind fast tot und da läuft aber noch so wie so ne Schnecke. Man kann sich ja ein Spiel ganz schön hinziehen. Schnecke. Oh neuer Bereich, okay. Die alten Stämme. Du wirst was geil ist, Kirschkippen, zerretten mit so nem leichtem Kirschhauf. Headshot. Was war da oben ist doch... Zwei. 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 sie alle perfekt ne okay geister tommy kann es ja eh nie gesehen werden auf dich reagiert nicht mal eine tür perfekt so long so long so long so long let me come wieder einer cool das hat von mir einmal sterben zu lassen nein hier ist nix okay ich liebe diesen ton so rennen wir haben schon 15 minuten auf dem tach schönes ding euch mag ich am wenigsten JA Gerade 就是 Was ist das Ding? Euch hasse ich Gib mir 11 Was ist der Arsch? Was ist der Arsch? Alter, mit sterben hast du es auch nicht, ne? Wir haben es echt nie mit dem sterben Klar ich kann verstehen, ihr wollt am leben bleiben, aber nein Hört auf zu leben Jetzt Das nervt Das nervt Ach nö, nö Lass mir jetzt nicht erzählen, du kannst durch das Portal feiern Du kannst mir ja nie erzählen Aber ich Ha ha So macht er das, Leute Ich weiß gerade nicht wirklich wo lang Nicht wirklich Ich Ups So ist er da oben, okay Headshot So ist er da oben, okay Headshot Ach Ach Es hat die Hütte kaputt, okay Was haben wir hier Jetzt haben wir hier Hier werden sie kommen Nein Nein Okay Ich habe jetzt voll ins Hemd gerecht nicht mehr lang gerufen Nein Da war die ganze Okay, hier lang Nein, doch nicht Hä? Wo lang Ich bin ein bisschen verwirrt Nur ein bisschen Manchmal klingt diese Waffe ekelhaft Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Ich habe meine Ahnung Und ich werde es auf jeden Fall in der Südwesten erleben diese Ahnung heute Willkommen, Caller Du bist auf dem Hey, Art Ich bin Ich bin Karsbach in Karlsbad Das ist neben Roswell Ja Ein paar Stunden dort Ich habe gerade einen der Reden Liste Die Liste Das ist das Ich sah was ein Speeder auf der Hauf Es war auf der Hauf Ja Ich habe so ich das war Ja Ich habe so 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 was dann das so so a car flying in die 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 war das war so es war das das war war das war war das war ich war und das war das war das Auch interessante Geschichte. Ein rotes Licht tanzt um ein Einseitsfahrzeug. Genial, aber ihr merkt schon, ich rede nicht gerne dazwischen. Bei solchen Dingern. Na, merkt ihr, ne? Oh, ihr habt ja schöne Sachen dabei. Danke! So, und jetzt mit dieser kleinen schönen Überleitung als Gespräch, was sich die beide komischerweise angehört haben, wenden wir jetzt diese Folge und sagen dann, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, das freut mich ziemlich sehr, oder lasst einen Kommentar da, was auch viel geiler ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, bis denn, euer Kastellatter, haut rein und tschüss!